weiter geht's mit millennia ihr seid bei wb auf seinem kanal ich bin matsumen und begrüße euch ganz herzlich zur auswahl unseres ersten nationalgeist und wir haben abgestimmt im chat eine qualifizierte mehrheit von 51 prozent hat gesagt bei den optionen die ich euch vorgestellt habe dass wir alte seefahrer werden möchten und deshalb wählen wir das ganze jetzt auch wir definieren uns über die seefahrt und jetzt haben jetzt einmalig zehn zusätzliche erfahrungspunkte bekommen weil wir die ersten sind die diesen nationalgeist gewählt haben und jetzt können wir ansparen um hier was freizuschalten worauf sollten wir als erstes sparen schnellere expansion auf wasserfeldern vielleicht nutzschschiffe erstellen kostet weniger xp wir würden eine schnelle galere bekommen sofort wenn wir das hier die sichere überfahrt freischalten und die galeren wären auch verteidigungs und angriff stärker damit könnten wir ein bisschen besser erkunden wir bräuchten allerdings einen anlegeplatz dafür einen anlegeplatz kann man bauen wie sollte es anders sein auf wasser könnten wir erstmal auf so einer fisch ressource bauen könnten dann allerdings keine nahrung abgreifen ihr seht schon wieder bedürfnisse nur 150 prozent erfüllt könnten auch ein fischer boot da drauf bauen der fisch verschwindet nicht den können wir auch später noch verändern können dann sagen die wir reißen die anlegestelle wieder ab und wollen jetzt erstmal was anderes uns holen tja ist die frage wie kommen wir anders an nahrung noch dran ich wäre noch geneigt dazu jetzt erstmal noch auf nahrung weiterhin zu setzen denn wir haben ja in ein paar runden den nächsten siedler den nächsten siedler werden wir garantiert auch hier irgendwo in richtung küste schicken und da können wir dann auch die schiffe bauen lasst uns doch mal dem vorschlag von rené folgen wir sagen erstmal wir folgen dem ruf der see und expandieren schneller auf den wasserfeldern dann bekommen wir auch schneller die fische dazu und nutzen hier unten als nächstes unsere baupunkte erstmal dafür dass wir ein fischer boot erstellen wollen damit wir weiter schnell wachsen können ja so ja hier wollen wir nicht eingesperrt werden wir haben keine offenen grenzen bekommen müssen also zu sehen dass wir wieder zurückkommen weiter geht es der kann zurück in die stadt gehen genau wartet doch auch mal technologie wählen das ist das zeitalter der bronze wir haben dort schon sechs forschungen aus denen wir wählen können und wir sehen wir haben jetzt den klassiker nächstes zeitalter wäre dann zeitalter des eisens aber wir haben ab jetzt auch alternative zeitalter die werden von demjenigen definiert der als erste als erstes ins nächste zeitalter geht aber die sind auch an kriterien geknüpft also momentan hätte man drei forschungen hier sich aus der bronze zeit schon geholt könnten wir auch nur in das eisen zeitalter fortschreiten hätten wir als nation drei naturwunder entdeckt was super cool gewesen wäre würden wir an einen sehr coolen zeitalter der helden gelangen dort gibt es dann auch einzigartige forschungen einheiten mechaniken und ähnlich sieht es aus mit dem zeitalter des blutes wenn wir selbst sechs einheiten eine andere nation killen und das damit getriggert haben dann müssen wir in ein zeitalter des punktes gehen wenn wir selbst die ersten sind das nächste zeitalter erforschen das gleiche gilt für die kai super schnell ist in der forschung aber selbst auch sechs andere einheiten getötet hat dann wird für uns alle nur noch das zeitalter des blutes als erforschbare option übrig bleiben bedeutet in diesem fall wir sind alle im krieg miteinander alle kein frieden nur krieg so aber das ist ja noch ein bisschen zukunftsmusik wir müssen ja so oder so erstmal drei forschung hier von den sechsten abschließen wir haben die wahl zwischen glauben gemeinschaft disziplin beamte bergbau und schiffsbau schiffsbau klingt ja erstmal ganz cool für uns oder was finden wir hier nutzschiffe können wir erstellen ja transporter laden noch schneller auf wasserfelder erforschen galere baubar klingt erstmal ganz gut ich würde da schon mal drauf klicken aber wir gucken noch mal uns den rest an beim bergbau schalten wir frei steinbrüche und steinmetze bei den steinbrüchen können wir entweder kalkstein oder marmor abbauen den wir dann wiederum bei den steinmetzen verwandeln können in steinblöcke die bringen uns produktion so bekommen über die hügel dann produktion alternativ dazu kann man auf den hügeln auch bergbau betreiben dann bekommt man kupfer im regelfall und hier gibt es ein neues feature mit pionieren die zu haben ist auch sehr cool damit können wir territorium claimen für uns ohne siedler aber schon mal zu sagen hier das ist unser gebiet da kommt kein anderer hin pioniere habe ich zunächst sehr unterschätzt kann man aber viel mitmachen bei den beamten bestechung ist immer gut man ist ein großer freund von bestechung ich hoffe mein arbeitgeber hört nicht zu wir können ausländische importe machen über märkte diplomatie punkte sammeln wir können erfahrungspunkte aus dem bereich der erkundung ausgeben um geländefelder und zu kaufen wir können das kultur meter mit geld beschleunigen und wir bekommen einen gesandten im heimatland und gesandte sind sehr cool weil wir mit denen zu diesen neutralen stadtstaaten reisen können und sagen können hey ihr wollt doch bestimmt zu unseren amazonien dazugehören und dann machen sie das auch also ist auch sehr cool disziplin ist sehr militärisch glaube ich für uns nicht interessant aktuell hier gäbe es sägegruben und da seht ihr da können wir die stämme bis zu drei stämme in bauholz umwandeln so dass wir doppelt so viel holzproduktion bekommen von den wäldern ist eigentlich ganz cool hätten wir weizen oder reis könnten wir das alles auch im mehl umwandeln mit der mühle bekommen wir noch mehr nahrung brauchen wir nicht trauben reis haben wir nicht könnten wir wein bekommen über den tempel mehr kultur und wissen ist sehr cool flachs und oliven speise öl sagte ich vorhin schon dass ich das sehr cool finde wenn man oliven in der nähe hat dann kriegt man sehr sehr viel nahrung und vermögen viel geld gold 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 und man kann wolle baumwolle oder flachs und stoffe umwandeln auch für gold persönlich nicht ganz so interessant wir machen es mal so mit dem schiffsbau als nächstes jahr hügel hügel wir brauchen hügel in der tat und unser erkunder muss hier ganz schnell wieder rausziehen der soll mal ganz schnell hier rüber ziehen ja in die richtung ich will mal sehen wie birmingham aussieht vielleicht können wir über birmingham uns eine neue region dazu holen hier hier geht es ja noch weiter schaut mal nein hat ihr das gedacht leute hier ist das polarlicht und wir haben es ist direkt nebenan das polarlicht und wir haben es nicht selbst entdeckt wir hätten hier einen unserer unserer unseren erkunder hin schicken können sagen können hey polarlicht bitte mal erforschen und dann hätten wir zumindest ein der benötigten punkte für das naturwunder entdecken für das zeitalter der helden erreicht das haben wir davon dass wir gesagt haben auch hier unten ist bestimmt nicht spannendes ja pech gehabt jetzt muss ich mir bis zum ende der partie anschauen dass die paar polarlichter zuerst hier von den persen entdeckt wurden bitter hier geht es aber nicht mehr weiter stammestum wir können wieder was cooles freischalten verbesserungspunkte oder schon mal unsere reformieren da bekommen wir zehn innovationen finde ich cool und dauerhaft plus zwei kultur momentan haben wir plus zwei kultur und das sorgt dafür dass wir so alle acht runden ungefähr so ja so mächtigen boost uns holen können ich würde uns erst mal das holen wollen ja wir wollen auch auf siedler sparen ah ihr habt recht na gut ich hätte und sonst unsere regierungsformen reformiert aber wenn ihr sagt nö matze deine regierung ist cool als stammesältester so wie du bist dann machen wir das mal nicht und wir holen uns jetzt den siedler fünf bürger aktuell in der stadt aber hier ist das ganze mit dem siedler und wir uns jetzt hier an den siedler hier ist sie die erste armee wie nennen sie auch mal siedler dann weiß ich dass das unser siedler slot ist und ja die schicken wir hier rüber lasst uns mal gemeinsam überlegen leute wo schicken wir die siedler hin übrigens ihr werdet feststellen dass es hier immer mehr fisch ressourcen geben wird die breiten sich im laufe der zeit aus ist kein scheiß wirklich es werden hier immer mehr fisch ressourcen geben barbaren sind neben der stadt nein das ist das spielfeature was uns vorgewarnt wurde barbaren kriegsherren können erscheinen das ist sehr sehr bitter sollten wir demnächst doch mal zusehen dass wir naja vielleicht doch die kriegsstar wieder zurück in die hauptstadt führen aber wir müssen trotzdem hier irgendwo neue stadt gründen sie muss nicht direkt an der küste liegen wir können uns schnell über die kulturgrenzen erweitern ich würde gerne irgendwo mittelfristig in richtung der oliven sein uns auch hier nach oben hin deutlich abgrenzen dass wir dann hier irgendwann die den wein des weizen und auch die baumwolle dazu bekommen das ist nur eine frage der zeit und ich könnte mir das hier irgendwo vorstellen vielleicht sogar hier auf dem sumpf gelände fällt ich glaube es gibt keine nachteile wenn wir eine stadt auf sumpf bauen zumindest nicht in diesem spiel könnten schnell die oliven die fische uns anschließen hätten auch wald im ersten ring für ein bisschen produktion und würden nach hier oben hin auch ganz gut dass erst mal ablocken können ja hierhin vielleicht die bucht hinter dem wein mein tier das ist mir so weit im süden ich will lieber hier nach oben also wir können es ja dann selbst richtung süden erweitern und ihr werdet feststellen die regionen werden sehr sehr groß es ist deutlich größer als bei ziv 6 zum beispiel mit den drei ringen die man die stadt hat werden welche viel viel mehr haben winke winke zurück an meister wuschel ich fühlte sich weiter hier im norden zu machen genau jeremy so wie du das gesagt das würde ich vorschlagen eine runde weiter dieser kriegsherr der macht mir angst der greifen der greift nicht nur unsere stadt an der hat unsere stadt schon kaputt gemacht und von den verärsam bekommen wir auch noch eine warnung dass wir so klar das ist halt so leute stadt ist futsch marz hat gesagt er geht nicht auf militär das hat er davon der kriegsherr haut auf die stadt miliz hat keine moral mehr ergibt sich und damit ist die stadt erstmal futsch wir können sie später wieder aufbauen aber bitterer rückschlag schick mal unsere einheiten wieder zurück in die richtung der stadt dass wir uns hier verteidigen können und der siedler muss einfach alleine zu sehen dass er hier weiterkommt barbara sieht aus wie bb fand ich auch bb ist hier im spiel verewigt ja jetzt wo wir möglicherweise doch barbaren in der nähe haben vielleicht doch einmal palisatenzäune bauen könnte sinnvoll sein versammlungshalle ginge auch däumen ginge auch neu hinzugekommen durch das neue zeitalter ist das arbeiterlager 2 mehr produktion ist schon heftig und ingenieurs xp wollen wir uns auch holen aber vielleicht erstmal doch die palisatenzäune bin ja ein kleiner schisser wir wurden wieder angegriffen aber ihr seht wir haben hier mehr milizen und eine stadt in drin also kriegsschar und wir haben unseren wachturm habe ich schon ganz vergessen und alle drauf wb nimmt das unsere kriegsschar hat schon aufgegeben aber die milizen halten stand können wir jetzt noch mal wenn wir hier angreifen würden steht 100 prozent niederlage das ist doof wir gehen erstmal die stadt rein wenn wir jetzt angreifen haben wir 80 prozent sieg 20 prozent niederlage wisst ihr was dann verschanze ich mich noch mal in der stadt die stadt ist jetzt etwas kaputt ihr seht wir haben noch einen wachturm und eine stadtmiliz und eine miliz die nur noch zwei drittel der lebenspunkte hat die stadt wird belagert wir bekommen weniger ressourcen und aber wir können mit der hauptstadt auch angreifen das sollten wir hierüber machen können wir können immer drauf schießen heute weg weg mit dir da ist schon genug schaden angerichtet unglaublich so wo wollten wir hin ich glaube hier auf das sumpfgeländefeld habe ich gesagt der könnte uns theoretisch angreifen wenn uns der perser hier feindseligkeiten erklärt dann für unser siedler futsch dann weiß ich mir live und vor laufender kamera in meinen hintern haben sie gleich noch da ein ziehen wir noch weiter nach vorne und hier wollen wir die stadt gründen wir könnten jetzt auch ja das einschiffen brauchen wir aber nicht wir dürfen uns nicht bewegt haben um die stadt zu gründen also eine runde bewegen und in derselben runde stadt gründen geht nicht warten deshalb mal auf die nächste runde und gucken mal wir haben eine forschung freigeschaltet deshalb können wir jetzt nutzschiffe erzeugen galären sind baubar wir können konnten deshalb unseren siedler einschiffen weil wir auch gerade erst freigeschaltet haben und allgemein kommen wir noch mehr geländefelder auf wasser das passt zu uns was holen wir uns als nächstes leute wenn wir hier vor ort sind und auch so was haben wir oliven nebenan dann sollten wir möglicherweise die oliven auch abbauen können und das ginge am besten mit dem ackerbau der dauert auch nur eine runde vielleicht gönnen wir uns eine runde den ackerbau andererseits haben wir noch nicht so viel noch nicht so viel verbesserungspunkte als dass wir das schon könnten wir könnten verteidigungsanlagen uns bauen allerdings bauen wir gerade in palisade sägegrube brennofen wäre auch cool ich will uns mal den brennofen vielleicht holen wir bekommen auch kräne das ist cool für unsere wasserleute das könnte ich mir vorstellen dass wir uns das als nächstes holen kran als verbesserung als gebäude für uns in der stadt baubar oder wir sagen wir gehen in richtung beamte das ging ja auch damit wir einen gesandten bekommen das finde ich vielleicht sogar noch cooler dass wir die gesandten haben uns die option nicht nehmen lassen birmingham zu uns zu rekrutieren wir ziehen mal hier rein und das sind auch barbaren stadt ist natürlich mäßig spannend gelegen aber könnten wir uns dazu holen eine domänen kraft können wir uns holen eine neue armee aufstellen zwei kriegsscharen neue stadt gründen ginge jetzt weil die stadt kaputt gegangen ist aber wir können sie auch später reparieren würde ich nicht machen außenposten hätten wir in außenposten nebenan andere stadt gegründet mit einem pionier könnten wir daraus auch eine stadt machen im zweifelsfall machen wir heureka ja wir machen heureka holen uns sofort zehn wissen das sind zwei runden die wir hier sparen dann können wir bei den alten seefahrern was freischalten ja also wir könnten uns freischalten jetzt schon mal biblos boote dann würden die nutzschiffe weniger kosten da können wir nämlich hier für aktuell 20 erfahrungspunkte ein nutzschiff erstellen da brauchen wir aber glaube ich erst ein anleger für oder ich glaube genau man muss erst mal so ein schiffsanleger gebaut haben als modellierung so eine so ein anlegeplatz haben wir noch nicht gemacht kostet auch 12 verbesserungspunkte und würden wir uns das holen würde das nicht 20 kosten sondern was sind 70 prozent von 20 wer ist schnell gut in mathe mathe freaks einmal vor bitte wenn wir 70 prozent haben dann sind wir bei sechs nur noch ne ich würde auch sagen sechs sechs statt 20 müssten wir ausgeben das lohnt sich schon mehr dann könnten wir hier die ganzen fische können wir ganz schnell uns holen ohne dass wir selbst darauf modellisierung bauen müssen das wäre ganz gut für unsere nahrungsproduktion dann könnten wir auch als nächstes tatsächlich sagen dass wir hier kein fischerboot drauf bauen sondern anlegeplatz wir holen uns mal die biblos boote können auch sparen aber das nutzt uns noch nichts biblos boote bitte her und jetzt mal sehen ob wir alle richtig gerechnet haben kostet nur sechs punkte sehr gut eine runde weiter vier runden palisade da vier runden bürger da achtung dadurch dass die stadt kaputt gegangen ist können wir momentan nicht mehr als fünf bürger in der stadt haben das ist maximum danach würden wir alles verschwenden das ist echt bitter dass wb uns unsere stadt kaputt gemacht hat wir bekommen leider noch keine erfahrungspunkte wie aus dem arbeitslager um ingenieur erfahrungspunkte uns zu holen denn damit könnten wir so eine stadt wieder heil machen da ist das alles nicht ganz optimal bauen wird die palisaden weiter oder wechseln wir die palisaden es ist ja dem wb ist ja nicht mehr da ich gehe aufs arbeiterlager leute einmal arbeiterlager und vielleicht machen wir das sogar dass wir noch bevor wir den anlängeplatz bauen uns einmal die lehmgrube holen oder wir holen uns hier für die 14 erfahrungspunkte die gemeinschaftsprojekte aber auch schon mal doppelt so viele verbesserungspunkte ist auch sehr sehr mächtig 14 da brauchen wir noch zwei runden zwei runden können wir uns ein bisschen mehr holen fische kommen hinzu das war gut und eine neue region bitte ein funken hoffnung so und ihr seht das ist noch gar nicht unsere stadt was ist denn da los dass ich daran dass diese region erst mal integriert werden möchte und das dauert jetzt noch acht runden sie sagen wir so genannte integrations punkte an und in acht runden können wir 25 regierungs erfahrungspunkte ausgeben um diesen basal zu unserem eigenen gebiet zu machen vorher ist das wie ein unabhängiger stadtstaat daran zu erkennen dass das hier von der von den linien hier die die kultur grenzen die stadt grenzen anzeigen ja etwas anders dargestellt ist als bei uns in der hauptregion oh gott oh gott oh gott hier sind aber viele barbaren in der nähe wir haben keine erkundungs erfahrungspunkte übrig um uns schnell nach hause zu beamen mal gucken ob wir angegriffen werden und überleben ja wir überleben weil wir geflohen sind zwei mal angegriffen worden so ja ich glaube ihr habt das prinzip verstanden von diesem von dieser kampfvorschau ich kann sie leider nicht dauerhaft deaktivieren nochmal gucken was das nicht an aber wir sind geflohen und ja kommen hier nicht wirklich weiter durch das ist echt blöd ich ziehe mal einen schritt weiter weg die barbaren versperren uns den weg um abschätzen zu können wie cool möglicherweise das gibt hier drumherum sein wird es ist auf jeden fall sehr hügelig kann man jetzt schon mal sagen die perser erklären uns die freien feindseligkeiten damit sind jetzt kämpfer auf neutralem territorium auch erlaubt können also angegriffen werden wenn wir zu nah ran ziehen mit unseren entdeckern zum beispiel und den zulu haben wir kennengelernt wir kennen uns nicht wirklich bis wir uns auf dem schlachtfeld begegnet sind freundliche zeitgenossen hier werden wir tatsächlich verfolgt dann gehen wir halt hier oben rum und wir könnten uns jetzt auch einmal heilen für fünf erfahrungspunkte kommt die fünf können wir uns nicht dass unser speer noch kaputt geht ihr bewacht mal alles hier und ihr seht wir haben hier neue kulturgrenzen dazu bekommen wir checken einmal ob alle da arbeiten wo sie arbeiten sollen ja es ist es ist traurig es ist alles geplündert hier alles kaputt gegangen wegen des barbaren das war ein richtig richtig heftiger rückschritt erst in 13 runden können wir uns wieder ist eine neue stadt gründen das ist deshalb so wenig geworden weil wir inzwischen ein war sein haben und für jeden fall sein den wir haben wird uns auch fast abgezogen glaube ich ich sehe es gerade nicht aber ist ich meine dass es so ist früher oder später ist es so vielleicht ist der erste war sei noch kostenlos bin ich mir gerade nicht ganz sicher aber je mehr wir expandieren desto schwieriger wird es auch diese kultur hoch zu halten